Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spaß am Wochenende. Ab ins Hauptprogramm! Der Kreisel! So, springe ich oder springe ich nicht? Ich springe nicht! Nein! Wow! Wuhu! Hat er eben den Hechtsprung nicht gemacht, aber kommt trotzdem durch. Links bleiben! Ich probiere es mal. Wie versuche ich es wieder? Einen Versuchen noch. Wo bin ich hier jetzt runtergefallen? Und rüber! Geschafft! Wo wäre denn noch Oh, Ski-Flug. Heißt, Punkte sammeln. Ja, das war ja wohl nichts. Hehehe, fünf Punkte oder waren es? Äh, so geht, äh, so fehlt das ja nichts. Wieso falle ich immer so schnell? Schmeiß das mich zur Seite. Nein! Und das hat mich das Weiterkommen gekostet. Das zur Seite fliegen. Das war's. Was braucht das gerade so lange? Beginnt in 23 Sekunden. Na toll, es ist einer wieder rausgegangen. Jetzt kommt wieder ein ganzer Schwung rein. Tundra-Lauf? Ach so. Dieses Spiel ist das. Tundra-Lauf? 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 Haha, leck. Wow. Mann, ist das hier ein Gedrängel. Haha, und durch. Ab durch die Mitte. Sünde. Oh. Haha, und durch. Haha, also die Mitte ist die... Lieber nicht nutzbar. Moment. In der Mitte sollte man nicht durchgehen. Da ist nämlich keine Plattform. Na, was für ein Spiel kommt jetzt? Na komm schon, zeig mir das Spiel. Zeig es. Ach, schwindelnde Höhen. In welcher Version? In der normalen. Keine speziellen Sachen, oder? Mal gucken, was die da hinten schießen. Rechtsrum. Und ziemlich weit vorne. Ah, hier sind die normalen Bälle, die er schießt. Mich trifft sofort ein Ball. Und da kommt die Beute. 정coholzum ist. Junge da hinten schießt. 啤 Untertitelung. BR 2018 Na kommt schon. Wähl aus. Was brauchen wir denn das so lange zum Laden? Der Sprungclub. Mit nur einem Teil? Mal gucken, wie schnell es schneller wird. Oh, oh. Einer ist schon runtergefallen. Hey, das war ja wohl nichts. Mann, das war ja einfach. Aber ein netter Versuch, mich festzuhalten zu wollen. Hat nur nichts gebracht. Frostspitze. Weiteres Rennen. Okay. Nur neun. Komm weiter. Da ist zwölf Fliegen raus. Das war's. Das war's für heute. Und da fliegen viele. Wieso fliegt man so lange? Ich glaube, das wird nichts. Ach ja, da hat schon der Letzte gewartet. Hey, ganz raus, bitte. Hm, neue Stufe im Pass. Ah, der Torhunger. Mal wieder dran. Irgendwelche Besonderheiten? Warum dauert das so lange? Zum Laden. Sofortfallen. Natürlich. So, welche Tür ist jetzt die richtige? Natürlich die hier. Wow. Das war's für heute. Das war's für heute. Bei diesen Krokodil-Kostümen muss ich eben an Donkey Kong denken. Weil es genauso aussieht wie so ein Krokodil von Donkey Kong. Hm, Tundra-Lauf. Auf jeden Fall kommt gleich wieder mein Leck. Der kommt irgendwie immer, wenn irgendwas geschossen wird. So weit, was geschossen wird, Leck. Und jetzt. Natürlich quetschen sich alle vor. Wieso hält der mich fest? Hehehe, einfach durch. Die Mitte. So weit, ein Glein da drauf landet, fällt man um. Und drin. Hehehe. Das war aber knapp, um wieder runterfallen. Los kommt schon. Zeig mir das Spiel. Warum dauert das denn so lange? Oh, Team abschweifen. Es kommt schon. Jetzt ist die Frage, in welchem Team bin ich? Im Grün. Versichzione. Na, kommt schon. So, wir sind jetzt nicht mehr im Rückstand. Hält er mich fest, obwohl ich keinen habe? So, wir sind nicht mehr im Rückstand. Ja, du hast noch so einen Unentschieden verhindert. Oh, Zehenspitzen. Oha. Ich frage jetzt, was ist denn das Richtige? Es hätte überhaupt keinen Pattern. Zu erkennen. Ja, schieb mich an. Nein. 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 Ah, ja. Ah, ja. Ja. Kühlen Kopf bewahren. Ist da immer die ratsame Methode. Und ich versuche, sich runterschmeißen zu lassen. Da haben sehr viele das gleiche Jokoszym. Sehr viele. Ist das jetzt das fünfte Spiel? Hey, what? Wo ist der Pinguin? Halten die mich fest? Oh, ja, wir gewinnen. Zumindest glaube ich. Ach, er hat einen Pinguin. Hey, er hat einen Pinguin. Er hat einen Pinguin. Hey, er hat einen Pinguin. Hey, da läuft einer. Da läuft ein Pinguin. Ach, aber einer von uns hat den. Ich halte den Verfolger auf. Unsere Leute haben zwei Pinguine. Wir gewinnen den Haus hoch. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Das waren viele Punkte, die wir hatten. Wow, das waren fast 180. Oder 170. Moment, ja. Weggehext, okay. Nur einer hat das Kostüm nicht. Was hat das denn? Oh, der ist gefallen. Man muss sich sehr anstrengen. Einer ist schon draußen. Was hat das denn? Immer überlegen, wo man runterfallen will. So. 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 Schade. Das ist immer anstrengend. Ein bisschen. Und das war eine weitere Folge von Spaß am Wochenende. Und das war eine weitere Folge von Spaß am Wochenende. Und das war eine weitere Folge von Spaß am Wochenende. Und das war eine weitere Folge von Spaß am Wochenende.